Na Großer, willst du mal gucken kommen? Ja? Die Zwergenmonster-Gang ist noch in den Hütten. Willst du denen Hallo sagen gehen? Ja? Nein, willst du nicht? Die sind ein bisschen gruselig, weil die so zappelig sind. Aber jetzt bist du sicher? Ja, die sind noch drin. Ich hole die gleich erst raus. Hier ist es lieber wieder rückwärts, ja? Zwergen-Gang, hm? Gleich geht's los bei euch. Ja, wollt's denn? Kannst da bleiben? Kannst zugucken. Oh ja, ein Knuddi-Bär. Knuddi-Bär. Shampi ist der Knuddi-Bär. Noch eine Runde Knuddel? Ja, wir haben ihn schon wachgeknuddelt. Jupsi. Dann knuddeln wir noch eine Runde.